Das Imperium und seine Menschdinger lehnen unsere Existenzsein. Sie wollen nicht an uns glauben, wollen vergessen. Das unheilvolle Kratzen in ihrem Keller, abknackte Knochen in der Gosse, nächtliches Gequicke in der Kanalisation. Wer schnitzt, tötet sie denn des Nachts in einsamen Kassenhof? Wer? Wer? Nichts hat uns genau vergessen? Ja, meine hochverehrten Zuschauer, was ihr hier seht, ist ein Video, das in Kooperation von mir, Ascopa und Legatus Leontus zusammengestellt worden ist. Ascopa hat hier die Szene zusammengeschnitten. Legatus hat den Text geschrieben und ich habe ihn eingesprochen. Und es gibt, wenn ihr auf Ascopas YouTube-Kanal geht, momentan eine Quest-Schlacht-Event, bei dem ihr auch noch teilnehmen könnt. Und wenn ihr da hinkommt, dann gibt es sicherlich auch noch weitere Videos dieser Art. Vergesst nicht, Ascopa ist unser Hamster-Modder und ein ausgezeichneter Filmemacher und Schneider. Und wenn ihr mal auf seinen Kanal geht und ihn auch ein bisschen unterstützt und schaut, was er macht, haben wir alle was davon, dann könnt ihr sicherlich auch weitere epische und Videos wie dieses hier sehen. Ich kann es euch nur empfehlen, mal reinzugucken. Ihr könnt übrigens, es gibt eine weitere Neuigkeit, Es gibt jetzt neuerdings auf dem Hamster-Kanal einen Patreon, auf dem ihr mich unterstützen könnt, falls ihr Lust habt. Und dann gibt es diverse Tiers, wo es dann auch einige Belohnungen für euch gibt, falls ihr Lust drauf habt. Aber das Wichtige ist erstmal, schaut hier bei Ascopa rein und macht bei seinem Questschlachten-Turnier mit. Und schreibt gerne hier und auch bei seinem Video unter die Kommentare, was ihr davon haltet und was ihr vielleicht in Zukunft sehen wollt. Danke fürs Zusehen. Oh, übrigens, am Sonntag gibt es mal wieder einen Stream. Ich denke, zu Feier dieses Videos können wir eine Ascopa-Mod-Scaven-Mod-Fokus-Stream machen. Könnt ihr dann auch wieder alle mitmachen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zusehen und bis zum nächsten Mal.